Verdammt! Ich kann den Kurs nicht halten! Vor der Küste Japans offenbart sich ein grauenvolles Geheimnis. Er lebt. Halla, außer wir sind tot. Was für Beweise wollen Sie denn noch? Schauen Sie mir die Fotos an. Ein Albtraum kehrt zurück. Also das Monster, das er gesehen hat, ist Godzilla. Vor ihm die pulsierende Großstadt Tokio. Hinter ihm ein Trümmerhaufen. Eine unvorstellbare Panik breitet sich aus. Herr Ministerpräsident, Sie wissen, abgesehen von nuklearen Waffen gibt es nichts auf der Welt, was dieses Monster stoppen kann. Return of Godzilla. Geben Sie mir den Verteidigungsminister. Die Regierung steht vor einer unlösbaren Aufgabe. Selbst der Einsatz modernster Waffen kann ihn nicht stoppen. Der Angriff des Monsters wird zu einer Orgie der Vernichtung. Godzilla, die grandiose Rückkehr des erfolgreichsten Serienmonsters der Filmgeschichte. Bedrohlich, bombastisch, unaufhaltsam. Return of Godzilla. Untertitelung.be Verstationscomb